Nummer 4. Dieses tragbare Klimagerät Argo Modell Milo Plus unterscheidet sich durch das Vorhandensein der Wärmepumpe. Zusätzlich zu den Betriebsarten kühlen, lüften und entfeuchten können sie also auch die Umgebung heizen. Darüber hinaus stellt es dank der Auto-Funktion den Modus automatisch entsprechend der gewählten Temperatur ein. Es hat die Energieeffizienzklasse A im Kühlbetrieb und A++ im Heizbetrieb. Ein weiterer Vorteil ist die hohe Kühlleistung von 13.000 BTU pro Stunde, mit der sie auch Räume größer als 40 Quadratmeter optimal klimatisieren können. Und schließlich ist es sehr ökologisch, weil es das Kältemittelgas R290 mit begrenzter Umweltbelastung verwendet. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 3. Dieses tragbare Klimagerät Argo Modell ADAC hat eine Kühlleistung von 8.000 BTU pro Stunde und kann mit zwei verschiedenen Geschwindigkeiten eingestellt werden. Es verfügt über eine automatische Kondensat-Verdampfungsfunktion im Kühlbetrieb, während die Entfeuchtungsfunktion für eine kontinuierliche Ableitung des Kondensats sorgt. Es ist platzsparend aufgebaut und liegt mit einem Geräuschbegel von 54 Dezibel deutlich unter dem Durchschnitt. Seine maximale Kapazität liegt bei 300 Kubikmetern pro Stunde, während die minimale bei etwa 260 liegt. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Dieses tragbare Klimagerät von Argo Milton hat eine gute Kühlleistung von 10.000 BTU pro Stunde. Es verfügt über drei verschiedene Lüftergeschwindigkeiten und einen maximalen Luftdurchsatz von etwa 310 Kubikmetern pro Stunde. Die Hauptfunktion X-Fan ermöglicht es, dass der Lüfter nach dem Ausschalten des Geräts noch zwei Minuten lang weiterläuft, um die Kante zu trocknen und die Bildung von Bakterien und Schimmel zu verhindern. Seine Einstellungen können über das digitale Bedienfeld oder mit der komfortablen mitgelieferten Fernbedienung vorgenommen werden. Es hat einen Geräuschbegel von ca. 64 Dezibel. Im Sleep-Modus sinkt der Wert auf 49 Dezibel. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Nummer 1. Die Kühlleistung dieses tragbaren Klimagerätes Argo mit ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis liegt bei 10.000 BTU pro Stunde und ermöglicht es Ihnen, Räume bis zu 30 oder 35 Quadratmeter bestens zu klimatisieren. Es hat einen maximalen Luftdurchsatz von 230 Kubikmetern pro Stunde und eine Energieeffizienzklasse A. Mit der mitgelieferten praktischen Fernbedienung können Sie die verschiedenen Betriebsmodi aktivieren, darunter kühlen, entfeuchten und lüften. Seine Abmessungen betragen 30 x 36 x 81 cm, sein Gewicht 27 kg. Es verwendet ökologisches Propangas R290 mit minimaler Umweltbelastung. In der Beschreibung finden Sie den Amazon Link für dieses Produkt.